Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis. und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann Sehr geehrte Frau Bauer, ich bin Patient in Ihrer Praxis und ich brauche ein neues Rezept. Ich bekomme Tabletten gegen hohen Blutdruck. Ich möchte auch einen Termin für eine Kontrolluntersuchung machen. Können Sie mir einen Termin ab 16 Uhr geben? Ich arbeite jeden Tag bis 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Oßmann